Fakten über den Minecraft Wither, die du bestimmt noch nicht wusstest. Wusstet ihr, dass jeder Kopf eine eigene Fähigkeit hat? Einer der Köpfe schießt zum Beispiel diese blauen Köpfe hier. Einer die Wither-Skelettschädel. Einer ist für den Wither-Effekt zuständig. Wenn Blöcke einem Wither den Weg versperren, kann er diese einfach kaputt machen. Die blauen Köpfe, die der Wither schießt, können unendlich lang fliegen, bis sie halt auf ein Objekt treffen oder nicht mehr gerendert werden. Der Wither hat drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass er halt sich auflädt. Die zweite ist, dass er explodiert und um sich schießt. Und die dritte ist sozusagen der Wut-Modus, wo er nochmal mehr aggressiver wird. Und gegen Pfeile immun ist. Wenn der Wither einen Bieler oder einen Mob angreift, fliegt er immer hoch. Und was denkt ihr, wie viel Leben hat der Wither? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, denn er hat 150 Herzen. Hättet ihr das gedacht? Ich nicht, denn das sind...